hallöchen liebe minecraft freunde und herzlich willkommen zu einer neuen folge fit the beast beyond weiß gar nicht wo wir stehen geblieben waren ganz ehrlich beim letzten mal habe ich euch den zweiten meiner schon gezeigt das ist also wir laufen jetzt hier mit zwei resource minern durch die gegend die haben auch schon ein bisschen was hier zusammen gesammelt die laufen jetzt schon eine weile ganze weile ja ich denke mal das ist jetzt hier nicht wahnsinnig viel was da zusammenkommt aber alleine mica haben wir jetzt hier schon jede menge und das passt denke ich mal ja und da möchten wir auch oder möchte ich heute quasi direkt anknüpfen das problem ist da müssen wir noch die ein oder andere vorbereitung für treffen und zwar brauchen wir als erstes mal einen enchanter da weil wir brauchen dafür eine sick touch spitzsacke ein book and krill kein problem mache ich hier noch ein slimeball und 15 lapis ja genau dann können wir mal das direkte platzieren das mal direkt hier so und dann ist büchlein da rein dass du da da ein ein sick touch so jetzt brauchen wir dafür einen anvil ich habe keinen ich hatte aber eine anvil das weiß ich mal gucken ob der da hinten ist dann brauchen wir eine pick x fortune und efficiency mal gucken kriegen wir da vielleicht noch nichts mit drauf leider nicht tun wir die wieder zurück dann drei dias zwei sticks eine pickaxe club club und eine sick touch px okay so dann holen wir uns mal ein wenig ohr ich glaube wir können das am einfachsten machen wir werden hier mal direkt irgendwo runter buddeln schauen das soll jetzt gerade noch eine spalte aus habe ich eigentlich eine waypoint zum portal gemacht nein portal speichern ok und dann gehen wir mal einfach mal hier ein bisschen durch und ich weiß gar nicht ist hier irgendwo ein löchlein wo bin ich mal ganz so weit das sieht doch mal gar nicht mal so schlecht aus hier höhle wäre nicht schlecht das ist copper das brauche ich alles nicht silva das quats da haben wir iron sehr schön obwohl ich gar nicht einen brauche ich gar nicht ich brauche hauptsächlich diamanten und die sind auf höhe 7 7 bis 14 ach ne moment 12 7 bis 12 so grob ich bin hier auf 20 ich nehme mal mit hier 11 hauen wir uns hier mal durch mal gucken vielleicht haben wir ja ein bisschen glück und finden hier irgendwo ein kleines diamanten vorkommen wir nehmen mal unseren hammer ich mache euch mal ein bisschen licht dann seht ihr auch was das ist immer und mein fahrer vergisst das immer ganz schnell und wenn man sich dann selber videos anguckt oder sein eigenes video dann denkt man sich ach du esel das kennt man wieder nichts das macht überhaupt keinen spaß mach doch mal licht an du blödmann setz mal ein paar fackeln aber nein ich glaube wir werden mal ein bisschen höher gehen 15 was da mal was haben wir denn da Moonstone den wir auch mit eingesackt nicht wirklich wahrscheinlich in die lava gebackt sehe ich hier irgendwo diamanten wir gehen mal auf höhe 20 da kommt mir gleich der ganze gravel entgegen ok jetzt bin ich 21 ich habe einen höher so äh ein tiefer und dann kloppen wir uns mal hier durch die gegend ja danke ne server mag mal wieder gerade nicht so richtig hallo könnten wir hier bitte ein paar diamanten kommen bitte ähm ich muss mal hier ein bisschen platz machen tipp 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 alles mal weg hier tipp 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 t ach man oh ja wenn hier ein modstone ist dann ist doch hier bestimmt irgendwo im dungeon sage ich doch mit dem spawner nehmen wir auf jeden fall mal mit was ist die kiste die dazu gehört was voll geschiss ich will meine müllkiste haben in erster linie brauche ich aber diamanten mal gucken hier fände er ein glück irgendwo wir haben wesentlich mehr fläche die frei ist um zu suchen aber es sieht mir nicht danach aus vor allem das da drüben sieht mir so aus jetzt ob wir da schon mal waren ich schon wieder so tief alles wegtun hier spawner weg so die box ist voll die box ist voll mit ich brauche doch nur mal ein bisschen nein 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 nicht verbrennt nicht verbrennt nicht gut nicht gut welche wir sind wir denn 14 da ein einziges tier da haben wir noch eins sehr gut und noch viertes okay reicht mir das erstmal oder finden wir hier auf schnelle noch irgendwo was was hier so rumfliegt vielleicht nur mal so schnell oberflächlich geguckt nicht mehr großartig gebuddelt hier okay ist egal wir gehen zum portal ja server lass mich bitte ich wusste es oh man und server weg okay ja eine mehr oder weniger erfolglose folge sage ich mal wir haben unser diaor gefunden wir machen in der nächsten folge weiter damit versprochen ich schätze mal dass ich jetzt den server ein neu starten muss keine ahnung was der da schon wieder hatte ich bin aber dann erstmal raus ich bedanke mich bei euch fürs zu sehen auch wenn es mal heute ein bisschen langweiliger war dafür bauen wir in der nächsten folge wieder was ich werde vielleicht noch das ein oder andere diaohr suchen jetzt offscreen und dann können wir voll loslegen in der nächsten folge vielen dank schaut bei den jungs vorbei ihr wisst bescheid ihr kennt sie ihr kennt sie und ich bin weg tschüss ich bin weg tschüss